Ah, geht doch nix über ein gesundes Frühstück hier an so einer Garküche, morgens um halb neun bei ungefähr 30 Grad im Stand. Es wird Zeit, sich heute mal ein bisschen die Stadt anzugucken. Wir haben schon voll lange nicht mehr im Tuk Tuk gesessen. Jetzt haben wir für 5 Dollar eine Stadtrundfahrt ergattert. Ich bin mal gespannt, wo er uns alles hinfahren wird. Die Stadtrundfahrt ergattert und zerstört. Das war die Stadtrundfahrt jetzt mit 8.000 Stunden. Die Stadtrundfahrt hat sich um 10.000 Stunden. Die Stadtrundfahrt zur Hand. Das war die Stadtrundfahrt. Um die Stadtrundfahrt in den nächsten Jahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 2.500 Worte später, der Magen knurrt, jetzt müssen wir uns mal wieder was zu essen besorgen Als Nachtisch gibt's heute Ananas und Muffins, würde ich sagen Als Vorspeise gibt's jetzt erstmal gebratene Bananen So lustig, die Tuk-Tuks hier sind Motorräder oder Motorroller mit Anhängern in den Kran, nicht wie in Thailand, dass das so 3 Räder sind Ich find das sowieso genial, dass jedes Land Asiens irgendwo seine eigenen Fortbewegungsmittel hat Hey Leute, wir gehen uns jetzt noch eine Ananas gönnen, weil wir noch ein bisschen Hunger haben Danach gehen wir zurück ins Hotel, ins Bett, denn wir müssen ja morgen früh raus Deswegen war's das für heute Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen Und das ist nochmal eine Beratung da